Ich beantworte eure Kommentare. Warum tue ich mir das an? Was passiert, wenn man eine Mikrowelle in den Kühlschrank stellt? Nichts? Was soll da schon passieren? Ups, da habe ich doch glatt meine Mikrowelle in den Kühlschrank gestellt. Wieso hast du meine Schwester wieder gegessen? Naja, also, ähm, ich habe über 5 Millionen Power ein... Äh, was, Brudi? Bruder, was fällt dir ein, einfach so in mein Video reinzukommen? Du kleiner, hässlicher... Was will einigst du mal einen Spinosaurus? Was, das war deiner? Was passiert, wenn man Hunger isst? Und diese Frage hat mich dann mein Leben lang begleitet. Es geht einfach nicht, Bruder, es geht einfach nicht. Was willst du? Dass du meinen neuen Podcast-Team Tofu auf Spotify mit 5 Sternen bewertest?